ich glaube das war ein anzeige fehler einfach nur warte warte nein jetzt ist der weggeflogen wo ist der hammer jetzt habe ich jetzt meinen hammer hingepackt habe ich jetzt mal haben außerdem weggeworfen richtig da ich musste mal eben immer inventar das etwas anders anordnen was hast du erwischt berlin die fluganimation sind teilweise immer noch ziemlich hakelig ja die sollen den bug auf jeden fall behoben haben dass die unter anderem durch den boden glitschen und dass die wohl sich nicht mehr so in gebäude verirren die vögel hier rein da steht einer im flur schrei nicht rum früher war sie auch ein abenteurer doch dann hat sie ein pfeil ins klinie bekommen gleich weiß der war schlecht da ist noch ein schrank ja ich weiß nicht sicher ob ich direkt gehen soll hallo fett ich kann hier nicht weg alter der hält aber was aus der hat nichts mitgekriegt ach du hast mich gerade weggeschoben das ziehen wir aber auch mal gelernt sein oder ja hier ist hier noch einer aber das ist noch ein pfeil von mir drei pfeile stecken hier in der wand drei dreimal vorbeigeschossen ich glaube wir brauchen eine kleine basis mir geht der platz irgendwie aus kann nicht mehr so viel looten konnte man nicht vorher bei der map rein und raus zu haben wir so vor vielleicht sollten wir erstmal irgendwo wirklich provisorisches lager nur guck mal eine scheune oder ein schuppen diesmal nicht noch mal eine scheune schade hier komme ich nicht hoch scheint aber wieder party zu sein ich wollte gerade auf den container rauf springen du kommst du auch nicht hoch oder schade hat er schon eine spitzsacke natürlich da mache ich mir auch ein speer auch ist ein wurf speer also bei mir war das kein wurf speer das ist schon normaler ach du hast über die werkbank dann wahrscheinlich gemacht ja macht doch keine wurf speer für wen hältst du mich spiel spiel richtig enthört er war nur ein bogen hat was heute mit dem wurf speer brauchen irgendwas wo wir die nacht verbringen können ich hätte ja schon fast sonst gesagt auf dem lkw das ist schon ziemlich ranzig oder auf dem lkw übernachten wieso da kommen die nicht hoch das kostet irgendwie nichts ohne geht ja nur darum erstmal über nacht eine sichere position zu haben ist tot ist tot ach ach ein hasen hat er da hat er da noch gesehen ich sage wie ballert der denn er weiter wollte dann noch was war zum ballern was denkst du denn kannst du es mal aufheben nö dann nehme ich das mit blutzen mir hier schon die beute weg ich fasse es nicht tut mir leid da liegen auch noch ein paar pfeile wo hier direkt zu meinen füßen noch mehr t kannst du die alle nehmen ja das wären nur die gewesen siehst du das ähm den ballern wir mal nicht an da war ein fetter wolf ja den wolf lassen wir erstmal da soll er schön das rehe jagen ja und vielleicht die zombies auch den lkw könnten wir auseinander nehmen ja ja ist klar es klappt oder der wolf ich sehe was greift er da an greift er versucht er uns anzugreifen ah ne er vergreift sich am zombie glaube ich wolf liegt alter was hat deren jetzt alles ausgehalten also der wolf war tatsächlich schneller weg als der andere zombie und dem habe ich mir neuer pfeile versenkt das heftig kannst du mal wolf einsammeln wie gesagt ich kann nichts mehr ich habe noch drei inventarplätze die jetzt voll sind wo nach den apfel kann ich mal im essen da habe ich wieder ein was ist das denn gummiharz gummiharz das aus bäumen und plantagen gewonnen werden kann es kann verwendet werden um gummi herzustellen ok gummiharz bäumen klingt schon mal gut ich weiß jetzt auch nicht in welche richtung wir müssen um zum beispiel so ein krankenhaus zu finden weil ich überhaupt nicht weiß wo wir hier sind ja wir sind schon mal ziemlich weit links unten das krankenhaus war glaube ich schon recht weit in der mitte also theoretisch müssten wir hier die straße weiter lang wo genau das jetzt war weiß ich auch nicht mehr aber das war ja halt schon in der stadt dafür gibt es auch mehr als nur ein krankenhaus also das was wir hatten das war glaube ich nur das einzige weil das war ja auch mit der ganzen question allem noch ein buch kann ich nicht aufheben wir auch nicht ente 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 tot ich habe sie nicht erwischt ich habe auch die hier auf dem boden erwischt ach so ich habe auf denen der da oben flog kannst du mal einsam den knochen kriege ich nicht mal mit moment paar bären essen wir brauchen das da vorne da das sieht doch schon mal ganz angenehm aus das ist die stadt ist das sicher dass das die stadt ist wo wir letztes mal auch waren für mich ist neu dass es da mehrere städte gibt weil die map ist schon ziemlich groß na aber mehrere städte wer weiß glaube ich schon unwahrscheinlich das soll ja eine komplette insel sein platsch platsch pfeile komm zurück ja dass das müssen die auch noch fixen dass die pfeile zwischendurch einfach so wegrollen das ist kein normales pfeil vor allem das recht wenn die schon jemanden wirklich getroffen haben ich sag mal wenn man vorbeigeschossen hat dann kann ich ja verstehen wo sehe ich noch nicht ich habe sie schon gehört ja ich nicht ich muss mich konzentrieren du penner gleich alles voll da vorne mit zombies und am besten zum boss zombie dicken fleischer ja oh das ist ein vogel gelandet kriegst du erwischt ja das ist noch was what has to be done has to be done errungenschaft freigeschaltet sag ich doch da ist noch was gerade noch an der ähm aua du hast besucht bekommen ja war es bestimmt schon zu 90 prozent fertig hier mit looten von dem blöden vogel da greift er mich einfach an wo auch immer der her kam nein inventar kannst du da noch was von nehmen wovon das müsste ich nehmen können ich futter einfach mal ein bisschen kraut schade tauben fehler kann ich auch nicht mitnehmen ja dann futter ich auch das kraut dann haben wir halt kein kraut kriegst du halt deine drohung nicht hehehehehe alter was das denn für eine fette kriel wo pff da ging shit die flur hahaha das sah lieblich aus ja erwischt ja bei mir hat der auch irgendwas unsichtbares am schild das aufgehalten da kann man aber nicht hochklettern das ist doof das hast du vor hat der komische pläne gehabt komm kommt man denn da irgendwie ne schade ja musst du wirklich hochbauen obwohl ha ich bin hochgekommen ha von dem stein aus das wäre eigentlich auch eine gute position ähm für nachtlager ja höchstens für zwischendurch zum pennen dass die monstern nicht direkt erwischen mhm aber so eine große monsterwelle kannst du hier echt nicht überleben ne elementar ist voll na den knochen und die fehler kann ich nicht mehr mitnehmen ich auch nicht ja kommt sowieso wieder was anderes oh da sind direkt zwei hinterm schild das hat bestimmt sahen ja im inventar ja also schmeiße ich sie dir mal da groß hatte ich auch hin kannst auch da unten nehmen ähm vielleicht noch irgendwas wovon ich nicht so viel hast du kupferdraht oder Kupferdraht oder Kupferdraht habe ich ja ich kann es mir auch geben oder ja kupferdraht dann kann ich den kommen wir uns haben oh ich hatte auch noch zwei weiße pilze die ich essen konnte supi da wird auch hatte ich ha 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 na den einen Pfeil werde ich nicht mehr wiederfinden aber den kann ich da nehmen ha kann ich auf das häuschen hier rauf ne wir sollten hinten anschleichen oder was reagiert macht doch kein scheiß junger dass das auto einfach hochgegangen das große gebäude da vor uns das sieht schon mal interessant aus klopfen wir uns da mal vor und gucken uns darum platz jetzt so oft vorbeigeschossen das gibt es ja nicht so wie als wenn ich einer meiner feide getroffen hätte kommst du da so aus zumindest bei mir doch ein paar auf jeden fall ist das haus hier auch mitnehmen ja nun bringt er wahrscheinlich nicht so nennen wir sind beide voll das buschkind den habe ich nicht gesehen ich habe nie irgendwas anderes behauptet vorsicht daneben lassen als einer konnte hier nicht hoch hast du vorbei gegriffen da ist er alter ich liebe es oh das sieht aber echt ein bisschen größer aus das gebäude da fliegt ein vogel sehr seltsames lande verhalten oh erwischt ja dich habe ich auch gehört brauchst dich gar nicht verstecken stand da direkt im baum die ratte nein zombie ich sollte vielleicht mal die audiosachen etwas höher stellen wirklich wirklich also du kannst sie echt extrem gut hören finde ich das richtig hören von wo die sind und auch ungefähr die reichweite das ist halt nur im hauptmenü die ähm ja das schon weg hier oh bludierfuzzi schaffen wir das von hier aus ja bei dem wirst du ein paar pfeile mehr brauchen habe ich noch genug materialhilfe pfeile ja für einsatzpfeile nochmal 16 pfeile habe ich kann ich genug gäste dafür ich habe auch nur noch 21 pfeile also ich habe nicht viel wo habe ich denn es der sss darüber nach wie viel der dicke gebraucht hat damals also wir brauchen das schon recht viele ja ich würde ja schon gerne weg haben und auf und ich glaube nicht dass die pfeile erreichen werden für den da ja ganz zur not du hast ja noch eine kettensäge ja meinst du komm ich weit mit bei ihm? ich weiß es nicht ich kenne die kettensäge noch nicht hat er mich gerade erfrischt? ich habe keine pfeile mehr ich auch nicht drei Stück habe ich jetzt vier ich glaube du hast ein paar mehr jetzt als ich ja ich habe einfach mal von ihm abgezogen war vielleicht nicht wirklich schlau jetzt wirst du kriegst du den auf die andere seite vom laster gelockt? zum beispiel dass du dich hier einfach auf die andere seite vom laster stellst hier was willst du da? dann könnte ich wo ist da hin? ja hier an der seite dann kann ich nämlich mir schnell die pfeile die hier im boden stecken schnappen ich habe mich nicht erwischt ich habe ihn nicht erwischt das kannst du einfach nicht verrecken ne hier mach doch dein scheiß jungen genau deswegen ich brenn das haben explosion so an sich jude rolle jude rolle wir haben ihn jetzt gerade mit pfeil und bogen und messer und speer erledigt das machen wir aber nicht noch mal ich habe sie auch vorher davon abgeraten wir haben nicht genug weil ich bin drei mal runter um pfeile neu einzusammeln von ihm zwar auch nicht so schlau aber es hat klappt okay ich habe noch neun pfeile und du 25 jetzt ist der aber dafür aus dem weg ja erstmal neu wenn wir uns hier nicht einrichten ja jetzt brauchen wir nur irgendwie die tür ums haus rum wie immer